So, wacke wacke wow, beste Mucke. Die gibt's glaube ich auch nicht bei der Alliierten im Übrigen, die Mucke. Ich meine, das wäre ein Software-Track, ja. Was machst du denn schon wieder? Ach, wieder wachten. Gut, dann. Ich brauche noch einen Hubschrauber. So, alter Schwede. So, alles klar. Du kommst direkt hier drauf. Und das ist dann das neue Team 3. Ich glaube sogar, wenn ich den fertig habe, dann werde ich mal loslegen. Pack die Raketen, werfen wir mal nach hinten. So. Und die mal nach vorne. Alles klar. So, dann würde ich sagen, kann ich das hier nochmal einmal langsamer machen wieder. Und einmal zwischenspeichern. Und guck nochmal gerade, ob der aufnimmt. Das sieht aber saugut aus, ja. Alles klar. Dann, Freunde, würde ich sagen, geht's mal los. Ah, das ist die Kirchenmucke, ja. Geil. Okay, cool. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Und dann würde ich sagen, Team 1 bewegt sich mal hier hin. So. Ingenieur kann schon mal hier. Ingenieur ist dann Team 4. So, das sieht doch mal geil aus. Was soll... Ich hab den Sammler wieder mitgruppiert, ey. Mann, das ist doch dumm. Hat der hier schon vermint, oder was? Dann seid ihr jetzt das neue Team 1. Oh, um Gottes Willen. Hier liegen überall Minen rum. Lass du mal meinen Sammler... Oh, was war das denn? Geil. Einfach mal so einen Schuss, zack, weg. Ja, gut. Der hat ja schon vermint, okay. Krass. So, dann drauf hier. Ja, den Kirchentrack, den gab's ja auch bei den Alliierten, ne. So. Die Chronosphäre gehört Stalin, Freunde. Übernimmt die. Ja, die Schlagkreuzer, die schießen. Das ist das Problem. Ja. Ja, zack. Ah, ne, das sind die Türme, okay. Alles platt machen, außer dem Bauhof. Oh! Alter Schwede. Da ist sie im Kirchenmucke. Haha, das passt ja jetzt, ne? Im Krieg. Oh, ho, ho, ho. Ja. Oh, Mann. Achso, was mach ich denn hier? Nein, 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 nein. Ich kann auch die Hubschrauber nehmen und die Flugzeuge können mal da drauf. So. Dann haben wir hier... Ja. So. Alles klar. Da kommen die Flieger. Ja, da kommen die Mix. Oh, die haben noch eine Flagge da stehen. Ernsthaft? Ja, der Schlagkreuzer schießt. Das ist das Problem. So. Egal. So. Ach, Mann. Der hat schon wieder hier eine Flagge stehen gehabt, wovon ich nichts wusste. Verdammt. Ingenieur kommt mal da hin. So. Wehrt euch. Wehrt euch. Macht den platt. Macht den platt. Weg mit dem Hubschrauber. Komm schon. Weg mit dem Hubschrauber. So, der Schlagkreuzer, der trifft nicht. Da ist er weg. Alles klar, noch eine Mick. Ah, der Bomber. Der kann das mal versuchen hier. Mal gucken, ob es funktioniert. Ne. Es hat nicht geklappt. Mal wieder nicht. So. Dann fliegt ihr mal bitte... ...unten hin. Probiert euch mal und dann jetzt da drauf da. Ja. So mach ich's. Zack, zack, zack. Ja, der ist weg. Das war's wert. Das ist es wert, Freunde. Das ist es mir wert. Der dumme Schlagkreuzer da ist weg. So, dann könnte ich erstmal hier weiter. Oh. Alter. So. Zack. Weg damit. Dann ist seine Basis hier unten schon mal weg. Zack. Die fünf hier können mal das... ...den Panzer da platt machen. Zack. Und tschüss. So. Weg damit. So, der Ingenieur ist da. Sehr gut. Dann... ...Raketenwerfer aus. So. So, und... Nein! Verdammt! Verdammt, das war zu schnell. Das hier kann ich nicht einnehmen. Oder Moment, vielleicht kann ich das hier doch einnehmen. Das muss ich doch einnehmen können. Ja, dann... Mann, das nervt doch. So, Raketenwerfer drauf da. Schießt! So. Ja, okay. Ich probier's mal. Ich probier's nochmal. Also, das müsse ich doch eigentlich... Boah, die Raketenwerfer, ey. Probier. Probier, ob du das hinkriegst, Invasor. Ich brauch das Ding. Ich brauch das Ding, verdammt, nochmal. Ansonsten muss ich mich echt mit Seelus hier oben hinarbeiten. Das ist doch blöd. Ach, Mann. Das wär scheiße. Und? Hä? Jetzt kann er das erobern? Hä? Ich hab ein Schlachtkreuzer. Ach. Ja, das trau ich mich nicht, weil hier... Ja. Hier, wenn ich hier die Testsenten platt mache, dann ist egal. Also dann... Was brauch ich noch? Raketenwerfer. Dann ist die Mission verloren, wollte ich gerade sagen. So, und dann... Uh. Fast kaputt hier. Mix sind wieder vollständig. Das ist schon mal sehr gut. Dann macht immer das Schiff hier im Arsch. So. Spionage Flugzeug kann einfach mal da hinfliegen. Aber das... So. Der ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Und die Hubschrauber? Können wir das hier machen. So. Alles klar. Dann baue ich mal Transportschiffe. Tja. So. Was macht die Hubschrauber? Sehr gut. Ihr macht einen richtig guten Job. Die sind richtig gut, die Hubschrauber hier. Nein, 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 nein. Komm, jetzt hau ab. Hau ab. Hau doch ab, Mann. Ey. Ich befalle, dem rauszufliegen und der fliegt in die Basis rein. Was soll das denn? Ach, intelligent manchmal, die KI hier. Wo ist der Hubschrauber? Da ist der Hubschrauber. Zum Glück habe ich genug Kohle, ja. So. Was? Wo bleibt der? Da ist er. Okay, sehr gut. Jetzt nicht dem sein Ernst. Ich habe einen Transporter gebaut und der ist direkt im Arsch, oder was? Nee, ey. Leute, Leute, Leute. Warum? Vor allem warum? Das so doofe ist jetzt halt. Ach, deswegen. Okay. Dann bauen wir noch eine U-Boot werft. Ich hätte nämlich gerne beides. So, dann machen wir hier. Setz mal die Mannigen hier ab. Mal gucken, was man damit erreichen kann. Alle fünf schon mal. Das ist schon mal gut. So. Dann, äh, macht die mal das da kaputt. So. Ich kann hier nichts hinbauen. Warum kann ich hier nichts hinbauen? Ach. Gut. Dann, äh. Moment mal. Dann brauche ich Zerstörer, ja. Geil. Dann brauche ich hier Zerstörer. Für die Schiffe. Gut. Dann mache ich es mal. So. Raketenwerfer, Raketenwerfer, Raketenwerfer. So. Was? Was zum Teufel? Ey. Jetzt nicht sein Ernst. Naja, egal. Ja, komm, das reicht doch. Locker. Ja, sehr schön. So. Alles klar. Eine Sekunde. So, jetzt kann ich mich verteidigen. Bau noch einen Zerstörer. Ernsthaft? Alter. Komm schon, Leute. Das kann jetzt wirklich nicht sein, ey. Da lag noch eine Mine und da Raketenwerfer instant weg. Ach, Mann. Ja, gut. Komm. Ich habe hier zehn Mahl-Panzer. Brauche ich eigentlich nur noch zwei Raketenwerfer. Ich habe ja Schiffsunterstützung jetzt, also. Das sollte passen jetzt eigentlich so. Mit den... Ah, Moment. Reicht sogar schon. Reicht sogar schon. Okay, dann Transportschiffe. So. Probier ich die gleich und dann kann es losgehen auf die andere Seite. So, ich gucke noch mal. 50 Minuten schon wieder. Wieder eine Hammer-Mission. Meine Güte. Aber ich glaube, die kriege ich in zwei Parts hin. So. Kann der mal hier hin, bitte? Alles klar. Dann kann ich mal mit den beiden Zerstörern. Du sollst dich doch reparieren. Warum reparierst du dich nicht? Hallo. So. Geht doch. Der auch. So. Dann hier. Genau. Spionage. Brauche ich nicht. Ich habe hier alles aufgetickt. So. Dann, ja. Kann ich die mal probieren? Ah, ich hätte so gerne den Bauhof gekriegt, aber das hat leider nicht funktioniert. Naja, gut. Es kann auch nicht alles funktionieren, ne? Es ist sowieso schon sehr gut momentan, wie es hier läuft. Gut. Die Raketenwerfer hätte ich gerne in einem Boot. So. Gut. Können die mal da rein? Und die Raketenwerfer, die können wir hier rein. So. Dann brauche ich noch einen Zerstörer. Und dann mache ich jetzt erstmal die ganze Seenerverei hier platt. So. Und stimmt. Und ich brauche nur noch drei Ingenieure. Drei oder vier Ingenieure brauche ich noch, ja. So, Bomber. Versuch das mal. Versuch das einfach mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Bin ich mal gespannt, auf jeden Fall. So, die Soldaten. Natürlich fliegt er wieder über die Basis drüber. Ey. Ja, sehr gut. Alles klar. Ah, das ist ein Bunker. Scheiße. Ja, dann mach den Raksi hoch platt. So. Und den Panzer. Alter, wie weit der Bunker schießen kann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Na gut, egal. So. Machen wir jetzt mal hier Team 4. Sind nämlich die Schiffe erstmal. So. Ja, versuch's. Was mit dem Bomber? Das war ja wieder nix, ne. So. So, mach den kaputt. Alles klar. Cool. Habe ich jetzt hier meine 4. Was? Aha. Die liefern sich hier in Schambitzel. Alles klar. Korrekt. Dann ist der gleich weg. Sehr schön. So, dann kann ich mal einmal hier hochfahren. Bitte. Ach, diese Mucke. Geile Mucke, ja. Bisschen creepy. Bisschen creepy. So. Genau das. So. Einen Transporter brauche ich noch. Für die Ingenieure. Stimmt. Sobald ich hier auf der Insel ab, auf, äh, lande. Und hier mich hier vorkämpfe, kommt ein Timer. Und der Timer hat nur 5 Minuten. Wenn in den 5 Minuten muss man, äh, ja, sollte man die Mission schaffen. Wo schießt denn der jetzt schon wieder drauf? Der schießt auf Schiffe? Ich dachte, der kann nicht auf Schiffe schießen. Beziehungsweise nicht von der KI. Ernsthaft? Ja, dann fahrt mal. Der schießt auf Schiffe? Ernsthaft? Das hab ich noch nie gesehen. Krass, ja. Krass. Okay, ja, dann. Ja, kommt, aber 4 Zerstörer gegen einen, äh, Schlachtkreuzer. Sollte ja wohl reichen, oder? Ja, das wird locker reichen. Alter Schwede. Krass. Noch nie gesehen, dass du Schlachtkreuzer auf Schiffe schießt. Ja, danke. Egal, dann könnt ihr jetzt mal hier ein bisschen schwächen. Geil. Alles klar. Sehr gut. Mach den platt. So. Sehr schön. Gut, dann könnt ihr da oben mal ein bisschen Rabatz machen. Ach, das reicht nicht. Alles klar, dann. Dann bereiten wir mal unsere Landung vor hier. So. Wisst ihr was? Ich mach mal die Energie platt hier. Alter! Wie weit können die Bunker schießen? Verdammt nochmal! Hui, 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 hui. Hier oben ist auch eine Landestelle im Übrigen. Die Energie muss weg. Die Energie muss weg. So. Weil bevor ich hier lande, werde ich die Energie platt machen. So. Flugzeuge und Hubschrauber, alles voll. Ja, der kann auch mal repariert werden. So. Bis die sich dahin bewegt haben. Ah, okay. Die können schon schießen. Ja. Die können schon schießen. Sehr gut. Alles klar. Dann. Der jetzt noch. Es reicht. Sehr schön. Sehr gut. Genau. Schieß einfach mal drauf. So. Die russischen alliierten Schiffe, ja. So. Dann würde ich sagen, Freunde, das sind die Raketenwerfer. Oder nicht. Jetzt du mal da hin und du mal da hin. Und dann landen wir jetzt mal. So. So. Landen. Weg mit den Scheiß-Männiken. Mann. Weg mit den Kack-Männiken hier. So. Moment. So. Moment. Ah, die Mix, die können mal hier das flatt machen. So. Dann alles klar. So. Sehr gut. Alles klar. Alles klar. Ja. Jetzt hat er keine Energie mehr, glaube ich. Sehr gut. Dann macht mal weiter. So. Können wir hier nochmal hier hoch, bitte? So. Dann mache ich das so. Die packe ich mal hier oben. Ingenieure kommen mal hier hin. Oh Gott. Schieß bloß nicht auf die Dings drauf, ey. Nicht auf die Tech-Zentren. Weil die muss ich ja... Die drei hier muss ich erobern. So. Ja. Schieß erst mal gegen die Mauerturm. Ist okay. Ist okay, ja. So. Zack. Zack. Weg damit. Alles klar. Ich glaube, wir haben hier sämtliche Gegenwehr vernichtet. Geld. So. Macht ihr mal da die Energie weg. So. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Funktionieren die noch? Ja, Silos ist jetzt egal. Die funktionieren immer noch. Warum funktionieren die noch? Ah. Das war jetzt dumm, ja. Ich wusste nicht, dass die noch funktionieren. Ach, Mann, ey. Schieß mal da hinten drauf. Wie viel Energie hat denn der bitte? Mensch. Verdammt noch mal, ey. So. So. Alter. Ich habe hier hohe Verluste auf jeden Fall, ja. Aber es ist gut, ja. So. Die Mäniken machen das hier platt. Oh, die Mucke passt. Oh, Gottes Willen. Was habt ihr denn da gemacht? Scheiße, ey. Verdammte Scheiße. Ihr macht mal hier weiter. Der Bomber kann mal hier hin. Oh, die Mucke passt. Ich habe noch was übrig. Das ist schon mal gut. So. Dann geht es mal weiter, ja. Du machst mir den hier platt. So. Der Bomber trifft. Sehr gut. Zwar genau mitten rein, aber er trifft zumindest ein bisschen. So. Sehr gut. Kommt die Hufschrauber mal. Die Hufschrauber mal hier hin. So. Und die können wir da drauf schießen. Die auch. So. Na toll. Ich habe einen Hufschrauber. Super. Aber schöne Einheiten. Wischmasch, ja. Macht den mal kaputt. Klar. Alles klar. Und jetzt mal einmal da drauf schießen, bitte. So. Das reicht. Ja. Alles klar. Cool. Das speichere ich nochmal. So. Dann haben wir den ja erfolgreich auseinandergenommen, würde ich sagen. So. Dann. Wenn jetzt gleich der Timer kommt. Dann. Ah, Moment. Nein, 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 nein. Ich darf nicht hier in die Mitte zu nah dran. Weil, äh, dann fliegt das in die Luft. Und dann haben wir auch verloren. Also wir müssen eigentlich einfach nur hier die drei, die drei Technikzentren einlehnen. So. So. Dann. Mach das mal. Schwächt das mal an. So. Jo. Okay, reicht schon. So, das Manneken. Schieß. Schieß doch. So. Alles klar. Gut. Ja. Die Raketenwerfer, da kann doch seinen Spaß haben. Das ist okay. So. Ah, das ist noch gelb. Schieß einmal drauf, dann. Dann sollte das doch passen. Ja. Das passt. Passt das. Und dann nehmen wir den noch. So, zack. Ich speichere das lieber vorher nochmal. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache. So. Dann, Freunde. Ja. Eine Stunde. Meine Güte. Das war's. Geil. Sehr gut. Okay, dann haben wir das auch. Ja. So sieht's aus. Schöne Tesla-Spule, ja. Aber ich hab wieder nicht so viele Punkte. Aber ja, gut. Ich weiß nicht, woran's liegt. Auf jeden Fall hat er mir viel mehr verloren als ich. Und das ist schon mal das Wichtigste. Ja, genau. Die Chronosphäre ist allerdings jetzt explodiert, obwohl wir die Dinger eingenommen haben. Ja. Da kriegen wir jetzt vielleicht einen Anschiss. Aber naja, gut. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, war das doch mal wieder eine sehr erregnisreiche Folge. Ja, auf jeden Fall cool. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, bedanke ich mich bei jedem, der hier voll zugeschaut hat. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal Schluss und schneide das erstmal. Und dann würde ich sagen, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne. Tschüss, tschüss.